Vier, eins, eins, zwei, vier, zwei, im Südosten. Ich habe jetzt gerade eben hier wieder zugemacht. Ähm. Eins, drei, vier, zwei, vier, eins, zwei. Versuchen wir nochmal den hier. Drei. Äh, hups, das war falsch. Alles nochmal auf Anfang. Jetzt versuchen wir nochmal den, äh, den hier. Ne, versuchen wir nochmal den hier. Also, drei, zwei, drei, vier, eins, eins, zwei, vier, eins. Ach, das macht das hier auf. So, was passiert, wenn ich jetzt das hier auch noch reinpacke? Die gates to the ancient digside should be open now. Ja. Mögeräusch. Mögeräusch. Jene schützelt. Ja. Mögeräusch. Ja, toll. Jetzt kann ich die nicht mehr rausnehmen, aber ich habe Erfahrungspunkte gekriegt. Ah, das paddelt mich hier rein. Gut, dass ich das jetzt auch wieder weiß. Ja, auf dich habe ich gerade keinen Bock. Ehrlich gesagt. Das heißt, was muss ich hier reinpacken? Und ich habe noch nicht den Power Gem. Was ich habe ist halt Armbar, von dem ich aber nicht weiß, ob es was bringt. Ich hätte mich schwören können, dass ich vielleicht hier das Ohr reinpacken muss. Das kann man finden in der Ungergaard. Also, wir haben Maschinas, das kann man destroy. Du hast nicht den Power Gem, aber wir brauchen den Labyrinth und die Tower. Du hast nicht eine Angelegenheit, das wäre hilfreich. Mhm. Dann öffnen wir mal wieder Die andere Tür, also 1, 3, 4 1, 3, 4 2 Ja, da ist jetzt offen. Es ist wieder dunkel. Das macht nur die Tür auf. Der Agent Gaia Gateway. Ja, wie komme ich da rein? Das ist die Frage. Okay. Hmm. Weil da und da ist noch was und hier. Ich werde auch gerne an diesen Ausgang mal kommen. Ich glaube nicht, dass man zwei Rubine braucht. Ach. Abwärts. Nein. Ich habe zwei von denen probiert. Die machen allerdings gar nichts. Ich muss irgendwas denen ins Maul stecken, aber was? Was? Und ich habe gesehen, irgendwer hat wieder etwas Hunger. Ja, die beiden. Und die beiden in irgendeiner Kombination sind es auch nicht, oder? Nein. Nicht wirklich. Es bleibt mir wohl eigentlich keine andere Wahl hier unten, als das zu machen, was ich eigentlich vermeiden würde. Äh, äh, noch vermeiden oder hinaus zögern wollte. Weil das bringt mich hier hin. Da kann ich ruhig mal speichern. Ja, das ist der Eingang, wo ich auch nicht mehr rein will. Wo komme ich da noch mal raus? Ach, da könnte ich mich in die Kamera importen. Nee. Agent Stronghold und das war die Volcanic Region. Au. Der Obsidian macht nichts. Macht der Crystal vielleicht was? Äh, hups. Nö. Der? Macht auch nichts. Ich hätte jetzt eigentlich genug Froststeine, glaube ich. Ups. Um alle Drachen zum Schweigen zu bringen. Weil ich weiß einfach nicht, wie zur Hölle ich da dran komme. Au. Äh, falsch. Jetzt sind halt alle Drachen zum Schweigen gebracht, aber das bringt mir was. Außer, dass ich keine Eiskugeln mehr habe. Die kann ich auch nicht wieder anzünden. Und hier habe ich mir immer wieder alles angeguckt. Ja, bei dem war ich schon. Ich muss irgendwie da hinkommen. Wenn ich mir das so ansehen, muss es doch hier irgendwo einen Weg dahin geben. Ich kann die Drachen nicht dekonstrukten. Nein. Ich kann die Dinger auch nicht dekonstrukten. Da wäre nur der Weg zu den Untoten, gegen die ich jetzt eigentlich gar keine Probleme mehr hätte. Mit dem Schwert jedenfalls und ihrer Waffe. Was sagen eigentlich die Level-Ups? Dass wir noch ein paar haben, die hinterher hinken. Ah. Ich würde nämlich gerne wissen, wie man hier reinkommt. Let them burn forever. Sonst macht auch nicht viel aus. Eigentlich macht das gar nichts. Die Feuersteine zu benutzen. Ich habe halt auch irgendwie nie kapiert, wofür die beiden Gems gut sein sollen. Au. Okay, in den Mund kann ich gar nichts reinstopfen. Au. Au. Hier ist auch irgendwie nichts. Und da jetzt. Die Feuersteine zu wollen. Die Feuersteine zu bauen. fritz. Geoa-